Wir machen einen Aufstieg zum Seealpsee, dahinter Atemzell in der Schweiz. Wenn der Witt kommt und die Eindrücke mit uns teilen, dann bleibt dran. Die Eindrücke sind sehr gut, aber nicht nur die Eindrücke, sondern auch die Eindrücke. Und dann geht es um die Eindrücke. Die Eindrücke ist ein Kniegeräusch, die sich in der Nähe des Zolls. Die Eindrücke ist ein Kniegeräusch, die sich in der Nähe des Zolls. Die Eindrücke wird ein Kniegeräusch und die Eindrücke. endlich der aufstieg geschafft das wird wieder flacher fern 100% Ziegenmilch. So, wir machen jetzt noch den Seerundweg zu Ende. Und dann geht es an den anderthalbstündigen Abstieg. Hier gibt es sogar Feuerstellen, da ist eine und da fast, wo die Leute baden, in diesem eiskalten Wasser. Meine Frau hat mich gerade überredet. Ich bin da schon nochmal ein Stück Ziegenkäse in dieser schönen Gelegenheit. Jetzt dachte ich, dass der Abstieg für euch uninteressant wäre. Aber hier so ein trockener Bachlauf, oben voll die Blumen. Und da unten hört man wieder das Rauschen. Wunderbar. Wir haben diesmal den Trail nach unten genommen, statt die Straße, die man da sieht. Die Tür liegt hinter dir in 1,2 Kilometer. Das war's. Von einigen Eindrücken. Nach der Schweiz. See-Alpsee. Und... Ciao Leute! ... ... ... ... ... ...